Ja, genau. Also ich fange einfach mal an. Darf und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Also das ist für mich jedes Mal eine große Ehre. Ich bin auch jedes Mal aufgeregt, obwohl es nicht das erste Mal ist. Aber es ist für mich tatsächlich immer wieder etwas Besonderes dabei sein zu dürfen und über das zu reden, was ich am allermeisten liebe, natürlich nach meinem Mann und meinen Kindern, die Öle und was man damit alles so Wunderbares machen kann. Ja, und Robert hat es schon gesagt, ich bin 2016 angefangen, Jobs gekündigt und sind durchgestartet und 2017, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ob es schon 16 war, ich glaube nicht, aber 2017 bin ich Aromatouch-Trainerin und Aromatouch ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist auch wirklich eine Herzensangelegenheit, diese Öle auch auf diese besondere Art und Weise weiterzugeben. Und nicht zuletzt, also ich war schon immer auch ein Fan der Handanwendung, aber nicht zuletzt Corona hat mich auch dazu gebracht, wirklich mehr und mehr die Handanwendung nochmal in den Fokus zu rücken, weil die natürlich viele, viele Vorteile hat. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Ich zeige euch eben, ich erzähle euch ein bisschen, warum die so toll ist. Ich zeige euch die ganz einfache Anwendung, also lauft euch schon mal warm. Idealerweise habt ihr ein Gegenüber, denn wenn die Frage auch im Chat aufkommt, kann man das auch alleine für sich machen, eher nicht. Also es wäre schon schön, wenn ihr ein Gegenüber habt. Und guter Tipp an die ganzen lieben Frauen, die ja immer ganz viel Gutes für alle anderen tun, zeigt es jemandem, dass ihr das auch bekommen könnt. Und genau, dann reden wir auch nochmal über, welche Öle kann ich anwenden. Das ist ein weites Feld. Also fangen wir mal an. Und das ist ein weites Feld.